Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Betriebsberater im Gespräch. Dazu begrüße ich Sie recht herzlich aus dem Studio 13 der DEV Mediengruppe in Frankfurt am Main. Heute mein Gast, Frau Kollegin Saskia Steffen, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Geschäftsführerin bei Flüger Rechtsanwälte GmbH in Frankfurt. Frau Steffen, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sehr gerne. Ja, es soll heute gehen um das mobile Arbeiten. Aber zunächst die Frage, Frau Steffen, was sind Ihre Aufgaben bei Flüger Rechtsanwälte? Unser ganzes Team, so wie ich, beraten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Betriebsräte auf allen Ebenen. Das heißt, die Betriebsräte auf lokaler Ebene, Gesamtbetriebsräte und Konzernbetriebsräte. Und daneben organisiere ich und führe ich die Kanzlei. Im heutigen Gespräch soll es um das Thema mobile Arbeiten gehen. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich eine der ganz spannenden Fragen im Arbeitsrecht in den letzten Jahren, nämlich die Frage, ob und in welcher Form Mitarbeitern und Mitarbeitern gestattet wird, außerhalb des Betriebes regelmäßig zu Hause oder unterwegs zu arbeiten. Gibt es da eine klassische juristische Definition? In der Form gibt es die bislang nicht. Bislang hatte man, also vor der Corona-Pandemie, differenziert zwischen der Telearbeit und der alternierenden Telearbeit. Telearbeit bedeutete, dass man fest an einem Arbeitsplatz außerhalb des Betriebes gearbeitet hat. Das war regelmäßig das Zuhause, alternierende Telearbeit, die wechselnde Arbeit zu Hause, beziehungsweise in der Betriebsstätte. Mittlerweile haben sich die Begriffe mobiles Arbeiten und Homeoffice, ich will nicht sagen eingeschlichen, aber etabliert sogar, sodass man sagt, Homeoffice, im Homeoffice sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die überwiegend zu Hause arbeiten oder ganz. Und mobiles Arbeiten bedeutet, man wechselt zwischen Betriebsstätte und zu Hause, beziehungsweise den Dienstreisen. Gibt es denn Rechtsgrundlagen für dieses Thema? Mobile Arbeit ist ins Betriebsverfassungsgesetz eingeführt worden, damit Betriebsräte hier ihre Mitbestimmung ausüben können. Einen individualrechtlichen Anspruch gibt es bislang nicht. Das stand eigentlich auf dem To-Do der aktuellen Regierung, aber bislang ist da noch nichts in die Umsetzung gegangen. Wie hat sich denn das Thema mobile Arbeit bisher in der Rechtsprechung entwickelt? Das ist tatsächlich für uns ein ganz spannendes Feld. Eine höchstrichterliche Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht, hierzu gibt es bislang nicht. Wir sind ja weit überwiegend in der Frage, dadurch dass es bislang nur eine kollektivrechtliche Regelung gibt, inwiefern denn die Mitbestimmung des Betriebsrats besteht. Das heißt, wo besteht sie, wo fängt sie an, wie sieht es aus? Also zum Beispiel haben Betriebsräte, ist eine ganz große Frage, ein Mitbestimmungsrecht beim Umfang der mobilen Arbeit, weil der Gesetzgeber sich klar dafür entschieden hat, zu sagen, dass das Ob der mobilen Arbeit dem Arbeitgeber obliegt. Das heißt, er kann ganz frei entscheiden, möchte er das mobile Arbeiten anbieten oder nicht. Wenn er das aber tut, ist eben ein Betriebsrat, sofern er besteht, in der Mitbestimmung. Und da ist jetzt eben eine der ganz großen Fragen, ist der Umfang der mobilen Arbeit eine Frage des Ob's oder des Wie's? Wenn Sie mich fragen, ganz klar eine Frage des Wie's. Genauso wie zum Beispiel, wie wird die mobile Arbeit geregelt? Gibt es feste Tage, in denen man im Betrieb bzw. zur Arbeit kommen soll? Gibt es hier Abstimmungen zwischen Vorgesetzten und Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen? Genau, das sind so die Fragen, an denen gerade gearbeitet wird. Da die Regelung ins Betriebsverfassungsgesetz relativ neu ist, wird das noch etwas dauern, bis wir hier höchstrichterliche Rechtsprechung haben. Im Moment sind wir noch bei den LAGs in der Bundesrepublik unterwegs. Das war der Blick in die Rechtsprechung. Wie sieht denn die Entwicklung in der Praxis aus? Auch das ist sehr interessant, sich anzuschauen. Während der Corona-Pandemie hat es sehr gut funktioniert, zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Betriebsräten konstruktive Lösungen zu finden, damit die Beschäftigten, die mobil arbeiten können, das auch getan haben bzw. zu dem Zeitpunkt waren sie fast überwiegend im Homeoffice. Jetzt, nachdem die Pandemie rum ist, schaut man sich natürlich nochmal die Lage an. Arbeitgeber entwickeln doch wieder auch das Interesse daran, die Mitarbeiter mehr im Betrieb zu haben. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen die Auslastung der Büros. Ich kann schon beobachten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort, wo es ihnen frei ist, die Arbeitstage, in denen sie im Betrieb sind, zu wählen, doch regelmäßig eher zwischen Dienstag und Donnerstag im Büro sind und Montag und Freitag die Tage sind, in denen man zu Hause ist. Da wünschen sich die Arbeitgeber, wie ich finde, auch nachvollziehbar eine gleichmäßigere Auslastung. Zum anderen besteht einfach das Bedürfnis, dass die Mitarbeiter wieder etwas mehr im Betrieb sind, um so auch das Miteinander zu fördern. Und hier ist es tatsächlich sehr wichtig, dass Lösungen gefunden werden, die beiden Seiten gerecht werden, sodass Beschäftigte, die sich jetzt ja auch darauf eingerichtet haben, mehr zu Hause arbeiten zu können, dadurch etwas flexibler sind. Es ist ja auch ein Gewinn für Arbeitgeber, es zu sagen, man hat keine Fahrtwege mehr. Das ist Zeit, die man regelmäßig auch für die Arbeit einsetzen kann, dass da ein gutes Miteinander gefunden wird. Wagen Sie einen Blick in die Zukunft? Der Blick in die Zukunft oder vielmehr mein Wunsch für die Zukunft ist, dass sich jetzt insbesondere die Betriebsparteien die geschaffenen Regelungen während der Corona-Pandemie anschauen, gemeinsam erarbeiten, was war in den Regelungen oder was ist gut, was kann man in die Zukunft auch bringen und was soll überarbeitet werden. Wichtig finde ich, dass beiden Interessen gerecht wird. Also das heißt, dem Wunsch der Mitarbeiter nachgekommen wird nach Flexibilität, auch einen Gewinn an Freizeit, aber eben auch Arbeitszeit, wie ich ja eben schon gesagt habe, aber eben natürlich auch dem Interesse des Arbeitgebers zum Beispiel zu sagen, wir brauchen wieder ein besseres Miteinander. Deswegen ja regelmäßig auch der Wunsch aufkommt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder etwas mehr in Betrieb sein sollen. Ja und zum Abschluss noch die Frage neben dem juristischen Alltag, gibt es noch Zeit für Lektüre? Die erarbeite ich mir wieder und habe es sogar in den letzten zwei Jahren geschafft, wirklich wieder mehr zu lesen und bin im Moment sehr großer Fan junger deutscher Schriftsteller wie Benedikt Wels und Caroline Wahl, von denen ich momentan sehr viel lese. Herzlichen Dank. Das war eine weitere Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute zu dem Thema mobiles Arbeiten. Mein Gast war Saskia Steffen, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Geschäftsführerin bei Flüger Rechtsanwälte in Frankfurt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen.